Was geht ab, Leute? Euer Fraps is you und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werden wir auf jeden Fall wieder den neuen Shop uns anschauen, beziehungsweise drauf reacten. Doch bevor wir loslegen, Freunde, ich habe lange nicht so wirklich aktive Werbung für den Survivor Creator Code von mir gemacht. Und zwar wird er jede zweite Woche entfernt, also alle 14 Tage. Und ihr könnt mich easy peasy supporten, indem ihr diesen einträgt. Ich bin jeden Tag bis 2 Uhr morgens da und mache jeden Tag für euch das Video. Ohne Widerrede, Freunde. Deswegen würde es mich, wie gesagt, mega freuen, wenn ihr mich da supporten würdet und mir da auch Rücken gebt. Vielen Dank für alle, die mich bereits schon supporten. Dankeschön. So, wir schauen uns den neuen Shop an. Das Ganze aktualisiert sich jetzt. Ähm, hallo? Hallo? Ah, jetzt. Oh, Freunde, neue Skinner Samstatt, neue Skinner Samstatt. Oh, shit. Okay, okay. Fangen wir doch mal hier an, was gestern ja schon drin war. Bigfoot, 1200 V-Bucks mit diesem coolen Rückenhastower. Also das Rückenhastower gefällt mir persönlich übertrieben. Dann haben wir noch ein luftiges Lager. Ist der Gleiter hier. Ist ein Zelt, was aufgemacht worden ist. Richtig cool. Ähm, Bigfoot ist auch auf jeden Fall, äh, gönnbar. Dann haben wir Mopser Skin, der Ehrenbruder Kylo hier. Mit diesem, äh, Essence Map, 4500 V-Bucks. Passend dazu ein, äh, Kauknochen in Gold für 500 V-Bucks. Und Wuff als Lackierung. Geht auf jeden Fall wirklich in Ordnung. Spitzjacke und Lackierung gefällt mir nicht so. Der Skin ist aber schon ganz cool. Dann, Freunde, haben wir hier auf der rechten Seite. Taktraum, 800 V-Bucks als Emote. Nice. Elektroswing, 500 V-Bucks als Emote. Ist auch ganz in Ordnung. Eisbrecher, 500 V-Bucks. Gut und günstige Spitzhacke. T-Pose, 200 V-Bucks. Kann man in den Helikopter machen. Gefällt mir persönlich auch. Boxenstop, 800 V-Bucks. Kann man sich auch auf jeden Fall geben. Finde ich besser als den männlichen Skin. Und Waffenexperte ist auf jeden Fall ein richtig nicer Skin vom Aussehen her. Dann haben wir heute einen neuen Skin erhalten. Den guten alten Raubzug. Abdrücken, abhauen, abkassieren. Ist der Wildcard-Skin in einer anderen Version, glaube ich. Und als Sommer-Outfit. Also Sakko, Hemd ist am Start, Lederhandschuhe und eine kurze Hose, die dezent verbackt ist am Knie. Seht ihr, da schaut ein bisschen Fleisch durch. Aber ansonsten wirklich sieht das mega gut aus. Dann haben wir nochmal hier als Rückennastung so ein Mini-Totem. Ist so ein Lama, was umgebastelt worden ist. Sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus eigentlich. Also der Skin hat schon ein bisschen was. Ich hoffe, dass man in Zukunft auch die Maske abnehmen kann. Wäre geil. Deswegen werde ich mir den auf jeden Fall hier zulegen. Schreibt jetzt direkt natürlich wie immer eure Meinung unten in die Kommentare. Vergiss nicht bei der Abstimmung mitzumachen, die ihr rechts oben finden könnt, um zu sagen, ob der Shop geil ist oder nicht. Und Freunde, wenn ihr mich auf ihrem Anbasis supporten möchtet, dann könnt ihr gerne die Videobeschreibung abchecken. Dort meinen Code FRAPS eintragen. Und dann könnt ihr bis zu 10% sparen auf die sehr vergünstigten V-Bucks, die ihr dort kaufen könnt. Schaut gerne mal vorbei. Ihr könnt auch Accounts kaufen. Ihr könnt sehr vieles kaufen. Also würde mich mega freuen. Und dann verabschiede ich mich und wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Video und ciao. Das war's.